Es ist schon der reinste Wahnsinn, der Weihnachtsmann, es kann doch wirklich wahr sein, es ist wirklich, wir begrüßen unseren Weihnachtsmann, ja ich hätte bald gesagt, mit einem dreifach kräftigen neutralen Gelau, aber wir sagen ja hier heute zum Weihnachtsmarkt, ho ho ho, ja das kam gut. Also lieber Weihnachtsmann, ich bin überrascht, du bist auf jegliche Situation eingestellt, es regnet nicht, es schneit nicht, ich meine wir müssen nicht unbedingt... Oh Kannebar, oh Kannebar, die grünen Beineblätter... Hab ich ja super gemacht, aber ihr auch. Ganz prima, also der Weihnachtsmann ist zufrieden mit euch. Ich bin mir liebend, mir macht das Bezebchen, in der Weihnachtsmann ist zufrieden... Von ganz, ganz prima, großen Applaus! Und jetzt nur der kalte Kloch draußen ans Tor, mit seinem Schiffen so schlägt er das Tor, mit seinem Schiffen so schlägt er das Tor. Ich bin mir liebend, mit seinem Schiffen so schlägt er das Tor, mit seinem Schiffen so schlägt er das Tor, mit seinem Schiffen so schlägt er das Tor. Alles das schlägt er das Tor, mit seinem Schiffen so schlägt er das Tor. Sehr schön, super! Sehr schön, Timo, ein großen Applaus! Ganz prima hast du das gemacht. Sehr gut! Danke! Danke!